sieht es so aus wenn die märkte die kontenance verlieren tatsächlich eine deutliche abwärts bewegung nachdem sich der markt ganz schön lange doch noch einigermaßen gut gehalten hat zwar nach oben nicht mehr wirklich was wollte aber nach unten so richtig nicht fallen wollte jetzt haben wir die fed daten auf den tisch wenn ich ganz ehrlich bin ist das so eine überraschung war da jetzt irgendwie was außergewöhnliches ja man hat noch mal dieses forksche betont aber wenn ich ehrlich bin ist das jetzt so anders als fed chef paul das die ganze zeit schon erwähnt hat fand ich jetzt nicht aber vielleicht bin ich einfach nicht einsichtig genug die märkte jedenfalls die haben ihren grund gefunden jetzt endlich dann tatsächlich dieses abwärts spiel durchzuziehen was sie ja schon in der letzten zeit theoretisch vorbereitet haben wie das naja solange es halt sehr korrektiv nach oben geht ist das ein zeichen wir brauchen einen grund wir brauchen einen grund wir brauchen noch einen grund ja den hat jetzt der markt offensichtlich bekommen und die markt kurz oder die kurse die fallen jetzt aktuell die markteilnehmer haben offensichtlich keine lust mehr auf ihre longposition und geben jetzt her was sie nicht mehr brauchen können wir sehen es beim nasdaq das geht ordentlich runter was soll man jetzt sagen ja denn das wird wahrscheinlich noch in die richtung gehen was wir mal so angedacht haben sicher weiß ich das nicht aber die chance dafür ist halt relativ groß ihr erinnert euch so wahrscheinlich die unterseite dieser kiste diese kiste repräsentiert ja ungefähr diese korrektur und das wäre dann vielleicht 14.400 beim future also wundern würde mich das zumindest mal nicht wenn wir bis dahin noch so halbwegs weiter fallen würden als nächstes zunächst mal das tief vom august dass wir das rausnehmen und dann eben noch ein gutes stückchen tiefer ja was soll man sagen jetzt kaufen naja wer gerne ins fallende messer greift kann es ja mal probieren aber nicht wundern wenn man sich blutige griffel holt dabei es sieht nicht so doll aus was wir da aktuell haben naja abwärtsbewegung noch weiter angesagt so sieht es zumindest mal aus beim s&p natürlich auch noch nicht großartig anders aber wir haben mehrmals darüber gesprochen dass das ein sehr sehr nein ein sehr 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 realistisches bild ist jetzt sagen sich die markteilnehmer naja das ist ja ein sehr realistisches bild dann lass es uns dann auch fahren so sieht es zumindest mal aus 4.300 4.250 es ist ja ganz gut dass das jetzt schnell passiert warum das denn ist doch schade um es mal höflich auszudrücken naja wir haben ja immer noch so ein bisschen aus so diesen saisonalitätseffekt und die idee die dahinter steckt ist naja wenn jetzt hier der kurs eigentlich eine ganz schicke geschichte macht nämlich zügig runter geht noch so september bis oktober anfang oktober dieses tief hier unten erreicht dann hätten wir eine ganz schicke geschichte dass wir vielleicht dann mit der jahresendrallye wirklich diesen abpraller der ist ja noch nicht festgelegt es ist also nicht versprochen nö hast du eingezeichnet passiert auch so aber die chance ist da und wenn die saisonalität dann auch noch endet das heißt da wieder die ersten vielleicht mut schöpfen wollen wir mal auf holz klopfen und hoffnungsvoll da in die zukunft blicken dass der kurs ungefähr in diesem bereich eine unterstützung nicht nur liegen hat sondern dann auch findet das heißt die markteilnehmer sagen ja komm jetzt soll doch gut sein jetzt drehen wir wieder also schnelle abwärtsbewegung ist gut vielleicht besser als eine schiebewurst die sich noch in die jahresendrallye reinzieht die dann eben nicht kommt denn das hätte durchaus sehr realistische folgen die noch mal tiefer gehen können also im moment würde ich sagen würde ich das vielleicht sogar ein bisschen blasser gestalten ich mache das mal ein bisschen plakativ das heißt noch nicht dass das vom tisch ist also bitte jetzt nicht sagen ja das passiert jetzt nicht ich mache es mal so ein bisschen eine stufe blasser das wird hier unten erst entschieden wie böse die situation dann aussieht und was dann für nachrichten auf den tisch kommen ob dann die fett im november beispielsweise dann sagt so jetzt gibt es ja wirklich nur mal einen auf die klatsche aber ich denke mal im moment ist das eigentlich nur das abspielen eines ganz normalen chartverhaltensmuster so haben die markteilnehmer sich ja vorbereitet auf diese situation sie haben es ja mit anlauf schon so gemacht nämlich dass sie die aufwärtsseite keine lust mehr hatten zu spielen und muss man sich nicht wundern dass sie dann die abwärtsseite dann irgendwann wieder aktivieren aktivieren und Dow Jones ist naja im nahkampf chart genau das gleiche wir sehen dass wir sehr heftig nach unten gegangen sind wir sehen dass wir auch hier da hatten wir ja so ein bisschen die hoffnung naja vielleicht gibt das hier noch mal einen long wenn das ein fünfweller wird und dann wackele ich runter dann wäre ich ganz klar für die longseite das habe ich angekündigt habe ich gesagt wenn das ungefähr so aussieht dann suche ich longs aber es sieht ja nun überhaupt nicht so aus also war gar nicht die chance hier auf der falschen seite dabei zu sein und wer jetzt mal hier in einem sehr kleinen stadium gesagt hat steigt hier jetzt irgendwo ein der muss sich ja nicht ärgern der hat ja mit sicherheit hoffentlich die stops zumindest mal nachgezogen vielleicht hat er dann nicht hier oben geschlossen vielleicht hätte er sich noch mehr erhofft oder sie sich aber man musste nicht darunter leiden ja insgesamt die bewegung ist dreiwellig und wir haben gestern ja schon angedeutet wenn diese zwischendurch durchstoßen werden naja gut dann geht es halt auch noch unter dieses tief das ist ein klassiker das ist jetzt auch so gekommen nicht weil ich es besser weiß das weiß ich im vorhinein auch nicht aber weil es eben typisch ist ja also damit müssen wir halt rechnen wir können da nicht sagen nee völlig absurd entsprechend ist auch die nächste tiefmarke nochmal spannend 6. september hier war das glaube ich um die mittagszeit nach mittagszeit irgendwie sowas in die richtung das tief was wir am 6. september hatten also so viele tiefs hatten wir da im september nicht wenn das durchstoßen wird ist das sicherlich für viele nochmal ein indiz dass wir dahin gehen vorsichtig allerdings das ist auf dem future kurs mit diesem kurssprung ihr erinnert euch wenn wir nochmal auf den dao index gucken dann sehen wir da sind wir schon und dementsprechend ist auch der index jetzt eigentlich schon auf besten wege die untere marke zu durchstoßen also irgendwie hat man den eindruck naja kommt die haben doch eh keinen bock mehr ich bin mir da relativ sicher wir sind jetzt weiterhin auf der abwärtsseite wir haben es beim immer wieder erwähnt beim dow jones beispielsweise dass wir diese marke im blick haben müssen und möglicherweise wenn das jetzt so ein bisschen beschleunigt passiert würde das nicht wundern das ist noch kein versprechen dass die marke kommt aber rechnet damit ist halt nicht so dass ihr sagt naja völlig absurd geht nicht doch doch das geht schon dieser kleine rutsch den wir da jetzt heute nachmittag haben ist da noch nicht zwingend ausschlaggebend aber das gesamtbild was wir hier haben spricht nicht die sprache eines bullischen marktes so sieht das nicht aus wenn die marktteilnehmer wirklich lust haben also ihr müsst damit rechnen dass es noch weiter ein gutes stück erstmal nach unten geht und wenn wir da schon angekommen sind ja was soll denn hier dann haben wir doch mehrere unterstützungslevel das sieht doch alles doof aus ja dann dann lassen wir uns die marken da unten auch noch mal holen irgendwie unter 32.000 gerne so im bereich 31 soll man da jetzt eigentlich short gehen viele wenn ich immer diese 31 nenne die sagen dann ja kann ich dann jetzt einfach nicht short gehen wenn du das doch sagst dann wird das doch so passieren nee nee naja sagen wir mal so ob das passiert ich weiß es nicht man kann natürlich jetzt sagen komm ich habe ein großes herz ich mache jetzt folgendes das ist jetzt nicht unserer art zu traden aber ich sag mal erstmal so ungefähr wir erwarten ja die abwärtsseite dann gehe ich halt jetzt hier short ich gehe davon aus dass der kurs eben nicht mehr höher geht zumindest mal jetzt nicht nochmal hier also das auf keinen fall mehr macht wahrscheinlich auch dieses hoch nicht mehr rausnimmt auf dem weg nach unten wenn er das jetzt wirklich ernst meint so das heißt ich kann jetzt folgenden versuch starten ich gehe an der stelle jetzt short wie gesagt es ist nicht meine art zu handeln aber trotz alledem möchte ich die idee zumindest mal und habe dann entweder diese etwas engere stop weite oder die etwas weitere stop weite aber wenn es dann richtig geht habe ich diese gewinnseite ich weiß nicht ob das passiert hier unten das ist nur sehr typisch ich habe so häufig in der letzten zeit erklärt mit seitwärts korrektur und allen möglichen erklärungen warum das ein ganz typisches verlaufsmuster ist sicher bin ich mir da nicht aber ihr könnt euch jetzt selber überlegen in wie weit diese chance risiko fällt verhältnisse für euch ausreichend ist um zu sagen ja man kann diesen trade machen der ist aber nicht sicher nicht dass ihr jetzt sagt wieso du hast gesagt geht runter ist doch hochgegangen ja das kann sein aber mein risiko für diese überlegung ist dann von mir aus dass die gewinnseite ist dass jetzt eine 50 50 wahrscheinlichkeit ist dann mache ich diese differenz immer noch ein gewinn wenn es eine ein drittel zwei drittel wahrscheinlichkeit ist mache ich immer noch einen kleinen gewinn ja nur noch viel kleiner soll es dann nicht sein dann geht das dann irgendwann gepufft dann der erfolg da macht es dann nicht mehr so viel sinn gibt es eine schönere variante ja eigentlich schon aber ich bin ein bisschen ein bisschen unoptimiert finde ich das aber ich sage euch gleich warum da der abstieg ist gut wir sind auf tagesbasis jetzt bleiben wir ruhig in dem etwas größeren bild heute pause zack pause das das sieht sehr korrektiv aus dreiwellig meine nächste erwartungshaltung ist wenn er das nach unten durchstößt dann macht er nicht nur die eins zu eins also die ist ja sowieso relativ realistisch dass er diese eins zu eins bewegung macht davon gehe ich regelmäßig in dem fall aus wir haben schon gesagt das macht aber ja trotzdem keinen sinn was soll denn das hier für ein bullischer markt sein der so aussieht mit dem das sieht nicht gut aus kann es nicht zwingen eventuell dreht der markt hier hätte man immer noch die chance den stopp immerhin an dieser ungefähren zielmarke ich habe können sie mal so halbwegs genau messen auf dem future markt jetzt muss aber noch gleich na Entschuldigung eine eine downside dieser idee muss ich noch kurz an den anbringen hier das heißt wenn ihr jetzt sagt komm ich versuche das mal irgendwie jetzt pauschal oder wenn der kurs dieses tief hier durchstößt ich versuche das mal hier den short zu machen mit hoffnungsvoller erwartung dass wir irgendwo hier hingehen der muss nur damit rechnen dass an der stelle vielleicht doch eine unterstützung ist und der kurs doch noch nach oben geht ich halte das nicht für das typischste bild stichwort für die profis es könnte ja noch ein leading sein stichwort leading wahrscheinlichkeiten liegen ungefähr bei 15 prozent ja möglich ist es dass er hier dreht ja 15 prozent ist ja nicht null aber dann kann man immer noch die chance wenn man hier irgendwo da oben aktuell reingeht zu sagen komm dann wenn wir das erreichen ziehe ich einen stopp hinterher und dann kann nicht mehr groß was passieren wenn er weiter fällt ich habe es immer gewusst wenn er dreht ist ja egal versteht ihr was ich meine also dann kann man sich damit noch so halbwegs aus der haut retten die idee finde ich grundsätzlich ganz okay es gibt nur einen einzigen flow an der geschichte nämlich dass dieses höhere hoch eigentlich nur durch diese lange kerze und die ist durch den kontraktwechsel entstanden das ist allerdings durchaus regelmäßig so zu den kontraktwechseln naja es ist nicht ganz optimal wenn man ehrlich ist aber es ist wahrscheinlich ein akzeptables problem dass der kurs trotzdem eine relativ realistische chance hat nach unten zumal es im übergeordneten eh beste chancen hat und das alleine jetzt nun überhaupt gar kein rücksetzer ist also insofern meine hoffnungsvolle erwartung ist dass der kurs hier noch mal ein bisschen tiefer geht 33.600 in etwa auf den future kurs halte ich für eine realistische größenordnung die man dafür im blick haben sollte wenn er die den bereich erreicht sollte man allerdings bei den aktuellen einstiegen egal ob man jetzt sagt ich versuche es jetzt einfach nicht optimal gebe ich zu aber oder eben bei so einer triggermarke hier was war 6. september wenn er das tief hier durchstößt dass man dann sagt dann ziehe ich einfach auf dem einstieg hinterher kann nichts mehr passieren kann auch nach anderen methoden hinterher ziehen ja zum beispiel nach super trend klappt ja im regelfall relativ gut wenn wir einen starken trend haben ist nicht optimal ja hier war es nicht so optimal aber es geht gar nicht darum optimal zu traden es geht darum dass man im regelfall gar nicht so schlecht dasteht und da seht ihr dass der super trend in weiten teilen einer langen bewegung trend bewegung nicht so schlecht ist warum nicht hier vielleicht für die abwärtsseite wäre das noch mal eine möglichkeit das ganze hinterher zu ziehen also ihr seht das ist mal eine sehr einfache trading angelegenheit vielleicht werde ich die noch mal als trade des tages vorstellen ich muss aber vielleicht als einschub bevor wir den dax machen ich bin noch nicht sicher ob ich das bis morgen schaffe warum es ist messe heute noch nicht heute sind zwar vorab termine schon aber morgen und am samstag ist in frankfurt die world of trading das heißt ich werde morgen nicht am chart direkt operieren werde ich trotzdem aber vielleicht ein bisschen eindrücke von der messe aber sicherlich auch den einen oder anderen eindruck vom markt wieder geben vielleicht kann ich da von der messe aus den chart für euch in irgendeiner form einfangen dass ich doch noch eine idee habe wie ihr vielleicht morgen nachmittag damit umgehen könnt ansonsten falls ihr ebenfalls in frankfurt seid und einen zwei meter großen mit wehen im haar nein nein ihr wisst ja wie ich aussehe wenn ihr mich sehen solltet wird es mich natürlich freuen wenn ihr mich kurz ansprecht dass ich euch auch mal sehe dass das nicht immer nur in eine richtung geht so in eine richtung geht es hier offensichtlich im moment zumindest mal wie sieht es denn beim dax aus wenn die amerikaner schon alle in der fallbewegung sind wie sieht es beim dax aus noch mal zur erinnerung da rechnen wir ja eh eigentlich damit dass wir dann noch mal runter kommen da gibt es sich ja gerade ein bisschen mühe dass wir hier tatsächlich die 14 nein 15.400 oder sowas da sind wir noch ein gutes stück entfernt aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch dass wir diese marke jetzt endlich mal abfrühstücken können und wir dann endlich früher oder später wieder auf die bullische seite wechseln können bitte nicht diese marke als eine hundertprozentige unterstützung da dreht der kurs das ist nur eigentlich müsste man diesen gesamten bereich ich habe aber nur gesagt so oberseite ist um die 15.400 deshalb ist das so ein stichwort müsst aber auch damit reden dass bis 300 oder 200 geht dann erst so langsam fängt das ding an fishy zu werden wenn er das dann noch durchstößt dann wird es dann vielleicht tatsächlich kritisch vorher aber ist das noch alles relativ normal ja gut relativ normal ist es dass der dax mit fällt wenn der amerikanische markt fällt also von der seite aus nicht wirklich große überraschung ich drücke euch jetzt aber die daumen dass wenn es runter geht das in eurem sinne ist falls sie irgendwo noch long seid dass ihr da das beste draus machen könnt das hoffe ich auf jeden fall von meiner seite aus jetzt die allerbesten wünsche einen wunderbaren nachmittag und bis bald bis bald